Video wurde wieder geschnitten. Los! Hörpferdchen! Geht also auch nix. Hier geht nix. Ja, was mach ich denn jetzt? Ah, haha. Alex, du solltest dich besser vorbereiten. Nein, wär echt langweilig, oder Leute? Aber irgendwie stockt jetzt mein Spiel leicht. Holen wir doch nochmal das Artefakt hier. Aber wir schwimmen erstmal weiter nach vorne. Und dann tauchen wir runter. Damit ich nicht schon wieder abkacke. Ja, da leckt mich doch fett. Das scheiße Artefakt ist weg. Weil ich's schon hab. Ist ja irre. Man nimmt Artefakte über den Tod hinaus. Hoch mit dir! Arsch! Gibt es hier einen unterirdischen Gang in den Tempel hinein? Mal runtertauchen. Ja. Mal erst mal auftauchen. Der Wassertod, ne? Jetzt hier mal was ganz Persönliches und so. Also, Tod unter Wasser, ne? Ist ja in meinen Augen das Schrecklichste, was es gibt. Du bist bei vollem Bewusstsein, außer dich hat jemand vorher bewusstlos geschlagen und hat dich dann ins Wasser geworfen. Aber du bist bei vollem Bewusstsein und du weißt, dass der nächste Atemzug dein Ende ist. Ach Mensch, hier ein Hebelchen. Wunderbar. Ist dann das Türchen auf? Wunderbar. Ein Hebelchen. Das Türchen. Krieg ich auch ein Wölkchen. So. Kleines Knöllchen. Hier sehen wir wieder ihr Popöchen. Und wir tauchen durch ein Tünnelchen. So. Genug umgeschwuchtelt. Ab in den Tempel. Jungs, ich hab eine Einladung. Ich darf hier rein. Na, das Gion. Wunderbar. Nimm es doch erst. Oh. Hier ruht der Gottkönig Theokan, einer des Dreigestirms, Hüter der Dreisplitter des Sion. Führer der Auserwählten, der Atlantis nach dem großen Verrat auf immer in den Fluten versinken ließ. Überraschung. Oh, doch keiner drin. Sehen Sie? Instinkt kann sehr teuer sein, Mademoiselle. In Ihrem Fall kostet er Sie beide Teile des Sion. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist lächerlich. Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Doch. Das ist er. Auserwähl. Was ist das? Andererseits Nehmen sie es Also bonjour Nett Ich kann mich an diese Viecher Definitiv nicht erinnern Okay Okay ich sehe also sauer machen Sauer machen Was jetzt was jetzt Was jetzt Okay wackeln bringt es voll Oh leck mich doch Nein Falsch das Oh Falsch das Oh Okay 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 Ich muss erstmal dahinter kommen Oh nein Da reichen nur ne Malenknarren Für sauer machen Das habe ich Ich beide gleichzeitig sauer machen Oh Ja ah okay Dann zertreten sie mich Oh ihr seid ja Schweine Oh was seid ihr für Schweine Den anderen Den anderen Den anderen Alte Scheiße Okay ich bin tot Bis jetzt noch nicht durchgeblickt Was ich hier machen soll Also sauer machen ist klar Das ist hier das große Feature Ah Okay ich kann den Schild Klauen Einfach nicht angucken Okay auch cool Ach man Ihr seid doch viel schneller Ihr Pisser Okay Schild geklaut Das habe ich jetzt gecheckt Und jetzt mit dem Schild Ist den anderen oder was Dass ihr beide kein Schild mehr habt Okay Beide Schilder sind weg Und jetzt Ah easy Pumpe Oh Ich bin so ein Genie Alex Du Genie Ey Die Medusa mit ihren eigenen Waffen schlagen Ja Guter Mann Guter Mann Oh Verdammt Zu langsam Und jetzt drück ab Was das Zeug hält Oh Nicht nachladen Okay Einmal noch den Pansen sauer machen Hier Das ist nicht das Problem Nicht nachladen Oh 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 Alte Scheiße Meine Fresse Alex Bist du gut Da muss ich mich jetzt gerade echt mal selber loben Ey Ey da bin ich richtig stolz auf mich Ey Ich das gecheckt hab Du hast die Macht der Sion befleckt Als du die anderen Könige verraten und mit dem Heiligen Dreigestirn von Atlantis gebrochen hast Du hast Du hast Qualopec verstümmelt Deinen eigenen Bruder Ich bin noch immer hier Dir kann man dem Verrat ein Ende gemacht Aber ich bin es, der dich unter den Träumen verfolgen muss Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen Ja Jawohl Griechenland, Theokans Grab Oh Ja, also wie gesagt Ich bin ja schon ganz schön stolz Auf mich wegen der Sache gerade Also Hast du gut gemacht Alex Hast du richtig gut gemacht Ich klopfe mir gerade ohne Ende auf die Schultern Wir speichern hier Möchten sie? Ja, möchte ich überschreiben Okay Wenn ich jetzt auf weiter drücke Wenn jetzt noch eine Videosequenz kommt Dann gucken wir uns die auch noch an Es kommt noch eine Videosequenz Ja, okay, die war gigantisch So, jetzt speichern wir nochmal Sicher ist sicher Ähm Und beenden hier die Videos Wie jedes Mal Zum Schneiden, Bearbeiten etc Und, ähm, hey, jetzt mal ehrlich Wie geil habe ich das gerade gemacht mit dem Endgegner Ja, ich bitte euch Also, wie geil war das bitte Naja, äh, genug Eigenlob Eigenlob stinkt Ähm Wir sehen uns im nächsten Video wieder Also, haut rein Leute Bis denn Und wanna,ern just pillar 9-10-10-16-3-1-5-4-UCs-5-6-6-6-3-7-4-6-7-7-8-8-7-3-6-5-6-7-8-7-7-7-8-7-8-8-8-7-7-4-6-7-8-7-8-8-8-7-7-8-80-7-8-7-8-7-8-8-h-8-8-7-8-8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-8-8-8